Musik Bei mir stehen die Sieger in der Kategorie Finanzierung, die Volkswagen Immobilien. Herzlichen Glückwunsch in die Runde. Wie fühlt sich der Preis an, wenn man ihn in den Händen hält? Schwer, momentan schwer, aber glücklich. Sehr gut, so soll das auch sein. Jetzt verraten Sie mir mal, das erste Immobilienunternehmen, was Green Bonds aufgelegt hat, wie kommt man auf die Idee? Gibt es im Moment nicht einfacher Geld im Markt eigentlich? Erstmal, wenn man so ein kreatives Team hat, da gibt es fast täglich neue Ideen. Und mit der Idee, dass wir überhaupt Blue Building Standards haben, kam auch schnell die Idee auf, Blue Finance zu machen. Und im Rahmen von Blue Finance nutzen wir natürlich unsere Immobilien, um das Produkt relativ schnell entwickelt, Green Bonds auf den Markt zu bringen. Und haben Sie schon die ersten Nachahmer gemeldet? Ist das jetzt ein schönes Beispiel? Jetzt haben Sie auch noch einen Preis gewonnen. Vielleicht macht das demnächst Schule? Wir hoffen, dass wir im Prinzip mit unserem Framework ein Vorbild sind für Nachahmer. Wir haben relativ einfache und innovative Standards gebildet. Ich glaube aber persönlich, dass wir mit der zweiten Transaktion dieses Jahr wahrscheinlich dann das einzige Unternehmen sein werden. Wir hoffen aber perspektivisch, dass wir nachahmer finden. Und vielleicht lassen Sie sich fürs nächste Jahr beim Award noch was Neues einfallen. Dann stehen Sie vielleicht nochmal hier und können direkt zum Folgetäter werden. Erstmal feiern Sie den Award. Herzlichen Glückwunsch. Genießen Sie den Abend und feiern Sie gut. Dankeschön. 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 Dankeschön.